Wer Kokosgeschmack liebt, aber keine Lust auf klebrige Pina-Cola das hat, sollte sich mal an diesem Mix probieren. Denn leckeres Kokoswasser erfrischt nicht nur, es enthält außerdem wenig Zucker, aber wichtige Vitamine und Spurenelemente. Mit einem Schuss Kokosrum oder Wodka wird der Erfrischungsdrink zum Cocktail, und damit ein bisschen lustiger. Ein Cocktail, der sogar irgendwie gesund schmeckt? Gibt's Green Tea, der Entschlacker wird dafür einfach mit etwas Tequila aufgegossen. Für ein bisschen mehr Süße sorgt ein Schuss frisch gepresster Zitronensaft. Anders als Sirup und Co. ist der nämlich keine Zuckerbombe. Laut Ernährungswissenschaftlerinnen ergibt das Rezept einen einigermaßen gesunden Cocktail. Auch der gesunde Trenddrink Kombucha lässt sich zu einem köstlichen Cocktail verarbeiten. Dafür wird eine zuckerreduzierte Variante einfach mit einem Kräuter-Gin gemischt. Trotz Alkohol gehen die guten Eigenschaften von Kombucha aber nicht verloren. Das Rezept kurbelt die Verdauung an und ist damit perfekt als After-Dinner-Trunk. Selbst gute alte Frucht-Cocktails können ohne viel Zucker auskommen. Dafür ist eben nur wichtig, dass der Saft selbst gepresst wird. Beim Gräbfrut-Rosmarin-Drink wird frisch gepresster Gräbfrutsaft mit etwas Wodka vermischt. Den letzten Schliff gibt das Rosmarin, das dem Cocktail beigegeben wird. Einfach und schnell, aber super erfrischend und nicht zu klebrig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020